Aber die Chance gibt's für Friedrich! Reichel noch mal und er ist irgendwie drin! Andersson lässt sich feuern, 1 zu 0! Giekewitsch einfach sehr, sehr ehrgeizig! Achtung, da rutscht einer durch! Andersson! Doppelpack! 2 zu 0! Union Berlin, heute wieder eine Ausgeburt an Effektivität! Und da ist das dritte! Und es zählt! War Andersson da noch dran! Leute, Leute! Es riecht nach der nächsten Klatsche für den Gegner! Oh, Friedrich mit dem Kopfball! Hier sehen wir es noch mal besser! Nee, Sulu ist da, wenn dann zuletzt dran! Jetzt noch mal Darmstadt, Jovin Jones, das ist gut gespielt! Dursun! Dursun, Anschluss! Und dann ist es das gewesen! Union Berlin schlägt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte! Darmstadt 98! Durch einen Doppelpack von Sebastian Andersson und ein Eigentor von Eita Julu! Die Gäste kamen noch mal ran in der 73. durch Dursun! Aber das war offensiv einfach viel, viel zu wenig! Von den Lilien Union mal wieder defensiv! Sehr, sehr überzeugend! Und nach vorne hin haben sie ihre Qualität oft genug gezeigt! Auch aus wenig Möglichkeiten viel zu machen! Von den Lilien! Das war die Gäste! Kommutat uns mal ganz zu viel! Die Gäste! Wir等 uns den Bundeskarten bei GmbH used,